Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Open 12 Jahre. Zuletzt durftet ihr entscheiden, welchen Whisky ich hier im Video verkosten soll und eure Wahl viel, und zwar relativ deutlich, was mich verwundert hat, auf diesen Open mit 12 Jahren, deswegen werde ich ihn heute mal im Video verkosten. Ja, ich freue mich, ich habe den Thaleske 8 Jahre und den Lagavulin 12 Jahre mit zur Auswahl gestellt, und vor dem Video, bevor es online ging, habe ich mir eigentlich gedacht, es wird der Lagavulin, wenn nicht, dann wird es der Thaleske, ich habe eigentlich gedacht, der Open als Underdog, der findet da keine großartige Beachtung innerhalb der Kommentare, ich habe mich getäuscht, denn der Open hat die meisten Kommentare gehabt, was mich freut, denn von den dreien, die ich zur Auswahl gestellt habe, war der Open mein persönlicher Favorit, aus einem ganz bestimmten Grund. Mit Sicherheit ist der Thaleske 8 Jahre interessant, aber Thaleske hat ein relativ breit gefächertes Original-Sortiment mit vielen Abfüllungen, hin und wieder gibt es auch was bei unabhängigen Abfüllern. Auch Lagavulin hat viele Original-Abfüllungen im Sortiment, vielleicht nicht so viele wie Thaleske, aber man bekommt da verschiedene Interpretationen des Lagavulin-Whisky, und hin und wieder findet man auch was bei unabhängigen Abfüllern, ohne dass die Brennerei genannt wird, aber es kommt durchaus mal vor. Das ist bei Open definitiv nicht der Fall. Hier in Deutschland gibt es drei, beziehungsweise vier Original-Abfüllungen. Der Little Bay ohne Altersangabe in so einer hellblauen Dose, es gibt den klassischen 14-Jährigen, den so gut wie jeder kennt, weil er Teil der Classic Nulls of Scotland ist, und die sogenannte Distiller-Edition, auch relativ bekannt. Das war's bis dato. 2021 ist innerhalb der Special-Releases eine Serie aus verschiedenen Single-Malt-Whiskies, des Spirituosen-Konzerns Dayacho, dem in Schottland die meisten Whisky-Brennereien gehören, ein Open rausgekommen, eben der, der neben mir steht, ja, zwölf Jahre alt in Fassstärke, das ist so quasi die vierte Abfüllung, die man bekommt. Bei unabhängigen Abfüllern gibt's nichts, denn Open liegt im gleichnamigen Städtchen in Schottland, in den Highlands, mitten in der Stadt. Die können sich nicht vergrößern, die produzieren eben das bisschen, was sie produzieren, und das landet entweder in den Blends innerhalb des Dayacho-Konzerns, oder als Single-Malt-Whisky in der Flasche, aber da gibt's halt nicht allzu viel. Vier Abfüllungen, und der, der hier neben mir steht, ist die einzige Fassstärke von Open, die es gibt. Und deswegen war der von den dreien mein Favorit, und ich freu mich wie ein Flitzebogen auf das Teil, denn ich hab noch nie einen Open in Fassstärke probiert. Alle schon von mir erwähnten Originalabfüllungen hab ich im Video probiert, das ist allerdings schon einige Jahre her, danach war ich, was das Originalsortiment betrifft, durch, hab seitdem auch keinen mehr verkostet. Und welchen auch, es gab ja keinen. Deswegen, das war mein Favorit. Ja, zwölf Jahre ist er gereift in Expertenfässern, und ein gewisser Anteil dieser Expertenfässer wurde von innen nochmal stark ausgebrannt, ja. Man hat im Fass selbst eine Holzkohleschicht geschaffen, die zum einen den Whisky weicher macht und ihm Schärfe nimmt, zum anderen aber auch gewisse Aromen mit abgibt, ja. Abgefüllt ist er natürliche Fassstärke mit 56,2 Volumenprozenten. Leider hab ich keine Ahnung, ob er gefärbt oder kühl gefiltert ist. Also auf dieser wunderschönen Dose steht nichts von Farbstoff-Zucker-Colour, deswegen ist es möglich, dass er ungefärbt ist, ist auch nicht der dunkelste, also es könnte schon hinkommen. Aber wenn man hier schon eine Special-Serie hat, die Limited ist, non-chill-filtert, also fehlende Kühlfilterung, ist ein Attribut, das man mit draufschreibt, wenn man es denn macht, schreiben Sie nicht drauf. Also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dieser Oben zwölf Jahre ist nicht gefärbt, aber kühl gefiltert und liegt preislich bei 120 Euro. Das ist eine Stange Geld. Wenn man bedenkt, dass der 14-Jährige einen knappen Fuffi kostet, jetzt hier 120 Euro, aber der Whisky ist konkurrenzlos, alternativlos. Es gibt nur diesen Oben in Fassstärke. Von daher, wahrscheinlich hätten Sie auch 200 Euro dran schreiben können. Wen genau diese Abfüllung interessiert, der kauft die auch zu dem Preis. Ich meine, er kostet jetzt nur 120, ist aber auch viel Geld. Ja, hier sind zwei Füchse auf dem Etikent. Ich finde, dieses Special-Release ist immer sehr, sehr schön von der optischen Gestaltung, definitiv. Manche Whiskys kommen jedes Jahr wieder neu, wie beispielsweise der Lagavulin mit zwölf Jahren. Auch der Thalysker kommt jedes Jahr mittlerweile neu. Der Oben ist jetzt innerhalb der Special-Releases 2021 erstmalig mit dabei. Schauen wir mal. Es gibt auch noch eine Geschichte zu den Füchsen, aber die erzähle ich jetzt nicht. Mir geht es um den Inhalt, nicht um das Marketing. Ach so, ich habe schon einen geschenkt. Nehmen wir den, ne? So, falls er ungefärbt sein sollte. Also die Farbe könnte schon hinkommen, ne? Weil diese ausgebrannten Fässer geben natürlich auch Farbe ab. Golden. Ganz klassisch. Also das kaufe ich. Das ungefärbte, wenn es denn so ist, das kaufe ich dem Whisky auf jeden Fall ab. Aber ich weiß es nicht. Also ich finde, der Alkohol, der kommt schon krass durch. Der ist sehr spürbar. 56,2 riecht man. Und zwar heftig. Ich finde es auch ein bisschen aufdringlich, diese alkoholische Note. Parallel zu der riecht man auch Getreide. Sehr würziges Getreide. Aber wenn ich mir jetzt die Aromatik, den Geruch vom 14-Jährigen in den Kopf rufe. Ich habe den 14-Jährigen abgespeichert als sehr reif, zitruslastig. Grapefruit mit einer gewissen Süße, so wie wenn du die zuckerst. Und einen ganz, ganz marginalen Torfrauch. Also Aromatiken, die Brennereicharakter sind. Zitrusfruchtnote, ja. Rauch, das ist Brennereicharakter. Und wenn ich jetzt einen Whisky im Glas habe, der zwei Jahre jünger ist, dann sollte der ja eigentlich den Brennereicharakter noch deutlicher zeigen. Ich finde hier aber weder Zitrusfrüchte, ich finde hier überhaupt keine Frucht. Ich finde hier auch überhaupt keine Süße. Und ich finde schon gar keinen Rauch. Ich habe hier nur drei Dinge. Alkohol, Getreide, Gewürz. Enttäuscht mich. Also es ist ein Hauch von nichts. Ja, er hat Fassstärke, die riecht man. Wow. Aber sonst allein nix, ne? Warte. Boah, auf der Zunge. Der Alkohol ist heftig. Heftig. Scharf. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Scharf am Alkohol liegt oder ob es eine würzige Schärfe ist, weil er hat schon extrem viel Gewürz. Getreidiges. Also würziges Getreide. Aber der Alkohol schiebt, der ist so präsent auf der Zunge. Ein bisschen Zitrus ist vielleicht da. Jo, ein bisschen Zitrus. Aber Eiche, auch nicht wirklich, ne? Getreide ist hier präsent. Es ist fuck. Im ersten Antritt würzig. Im Abgang eher trocken. Aber der Alkohol ist präsent. Jo, er schiebt den Abgang lang hinten raus, aber es ist ein bisschen alkoholisch. Also mir kommt der total unreif und unharmonisch vor. Klar, diese Würze kommt mit Sicherheit von diesen ausgebrannten Fässern, aber ich habe jetzt direkt mal Wasser rein. Also in der Nase war der Alkohol schon krass und auf der Zunge erst recht. Deswegen dem tut Wasser mit Sicherheit gut und das habe ich jetzt hier auch rein. Aber ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Also jetzt nach dem ersten Mal probieren mit der Zugabe von Wasser. Das Wasser an sich, das lockt so ein bisschen die Zitrusfrucht aus der Reserve. Man riecht jetzt ein bisschen Zitrus, aber eher so Zitronenschale. Herb, säuerlich. Mit ganz, 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 ganz viel Fantasie. Ein Mührauch. Aber das ist so krass unterschwellig und kann auch sein, dass ich es mir jetzt nur einbilde, weil ich der Meinung bin, es sollte bei dem oben da sein. Aber nee. Also ich finde den Whisky sowas von nichtssagend und ich finde es einfach nur schade. Man ruft so viel Geld auf und man gibt es auch aus, weil man den oben in Fassstärke probieren will und dann kommt so ein Ding um die Ecke geschissen. Ich kann es nicht anders sagen. Wenigstens hat er jetzt ein bisschen Zitrus. Aber mir fehlt komplett der Rauch. Und Süße. Nix. Also das Wasser tat ihm auf jeden Fall gut. Er ist jetzt nicht mehr scharf auf der Zunge. Auch ist er leicht fruchtig, säuerlich. Zitrus, ja, vielleicht ist es die Grapefruit. Ich würde bei er sagen, das ist so Zitrone, Limette. Vor allem mit einer gewissen Herbe mit dabei. Die Schale. Das würzige Getreide bleibt, aber ich habe hier ums Verrecken keinen Rauch. Und ich habe hier auch wenig bis keine Eiche. Wenn, dann so eine leicht trockene, herbe Walnussaromatik. Aber unterm Strich komplex ist er nicht. Überhaupt nicht. Nichtssagend. Das trifft es am besten. Und dann 120 Euro. Ich meine, ich hätte es gern ausgegeben. Ja, ich meine, ich habe es in jedem Fall ausgegeben, aber ich würde es gar nicht motzen, wenn der Whisky abgeliefert hätte. Hat er aber nicht. Also ich finde mit dem 14-Jährigen, der deutlich weniger als die Hälfte kostet, fährt man deutlich besser. Oben in Fassstärke, das ist eine, ja, ich habe ihn probiert, aber wenn das so schmeckt, dann pfeife ich auf die Fassstärke. Ich bleibe beim 14er oder nehme die Distillers Edition oder nehme den Little Bay. Wahrscheinlich kann man sie alle drei kaufen, ist vielleicht einen Tacken teurer als diese einzelne Flasche, fährt aber besser. Man lässt sich halt im Endeffekt, und das muss ich auch ganz ehrlich so sagen, man lässt sich dieses Alleinstellungsmerkmal oben in Fassstärke mit toller Story, toller Dose und die Optik ist schön und die Story ist schön, aber man lässt es sich extrem gut bezahlen. Mich hat der Whisky enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr von den Special Releases haltet. Ist denn da einer dabei, der preislich, naja, vernünftig ist, der aber auch abliefert? Das würde mich definitiv mal interessiert. Schreibt es gerne unten rein. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!